So, da sind wir wieder bei Minecraft. Wir räumen erstmal unser Inventar aus. Irgendwie. Und werden gucken, dass wir irgendwas angelockt bekommen. Wir haben Weizen. Mit Weizen, glaube ich, kriegst du Schafe. Wenn mich nicht alles täuscht. Schäfchen! Wo seid ihr? Komm, ich will doch nur Schafe. Schafe, Schafe. Zwei Schafe. Ich hoffe, ja. Ja! Das ist so ein verfickter Creeper. Der macht mir bestimmt gleich das Leben zur Hölle. Komm! Keine, komm! Na, kommt, meine Schäfchen. Ja, kommt. Ja, kommt. Ihr seid mitkommen. Komm! Ihr laufenden Banner. Kommt, ihr laufenden Banner. Ja, wir sind gleich in euer Neues zu Hause. In euer Neues zu Hause. Hey, ja, kommt. Hier, weiter, 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 weiter. Ja, ich weiß. Kommt. Kommt. Ja, mehr, 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 mehr. Ja, mehr, 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 mehr. Kommt. Genau. Ihr seid schlau. Ja, das muss ich da hinten noch fertig machen. Ich weiß. ich muss die kinder noch mal vermehren aufgeschneidert zwei weizenkörner noch einmal und zweimal ja kommt her meine Hähnchen so ist doch besser so jetzt haben wir ein kleines Hühnchen hier das heißt wir müssen den Grasblock dann heraus wir hätten das Feuer runter bauen müssen meine eigene Schuld habe ich nicht aufgepasst solange die da nicht rüberspringen ist mir das egal aber irgendwann will sie es schaffen das heißt wir müssen noch mal einmal kurz runter in Hölle hallo ja guck mal hier Stein so 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 und noch mal Stein mitnehmen ah stimmt da war ja was politer Diorit ich hab's vergessen so 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 brauchen eine eine Bruchmauer weil viel Glück ich bin mir aber nicht ganz sicher ja ich frage mich wozu ich da trotzdem die Druckplatte habe na lauf mal hier ein bisschen Kumpel Kumpel so was mä du hast dich viel mehr gefangen das nächste Gege könnten wir hier unten bauen wohl doch dann baue ich und wir doch die Erde warte mal aber hier geht er den Weg runter so pup so kleine Treppe haben wir ein Trampelpfad draus ist doch egal ist doch noch hier hinten was geht Kumpel ja ich weiß was warum ist das Vieh schon groß alter oder muss los so also da ist alles voll hier haben wir noch ein bisschen Platz so das passt da nicht das passt da auch nicht ja ich weiß ich müsste mal ein bisschen aufräumen ja weiß ich weiß ich weiß ich irgendwas wollte ich jetzt aber ich hab's wirklich gesagt vergessen ich weiß es nicht mehr was ich jetzt machen wollte äh verdammt schon wieder völlig lost im Kopf ah warte mal guck mal wir haben doch hier noch das Glas wir machen oben erstmal weiter ähm tausende von Baustellen und nichts kriegen krieg ich fertig so so guck mal so ich weiß auch noch nicht immer wer das hier unten gemacht hat mit dem dabei ist auch egal das lassen wir jetzt so gut scheint so dass wir noch mehr Sand brauchen das heißt wir gehen mal Sand holen haben wir denn überhaupt da hinten noch ein Boot ähm ein Boot mit äh ja ist sogar leer das heißt wir brauchen ein paar Schippen gleich wird's langweilig wir gehen Erde äh Sand hauen weil Sand können wir irgendwie immer gebrauchen hm hm du bist so alleine ne du kriegst noch einen Kameraden ja jetzt such mal oh Gott da zack zack noch nicht ganz noch nicht ganz wir pflücken noch ein paar Bananen um ein bisschen was zu essen was kann man aus Bananen machen? wir könnten daraus Bananasplitten machen ähm Bananenbrot Peanut Butter Bananen Sandwich was wird daraus machen? ich habe null Ahnung Bananenjoghurt Cutting Board Bananenjoghurt 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 ok also das heißt wir müssen uns so einiges aus Kupfer herstellen noch warte mal ne dann heißt das ja dann auf englisch heißt das glaube ich mit zwei äh ja ähm wir können uns ein Kupferschwert machen ja doch mit Doppel P Dicke Kupfer Dicke Kupfer Dicke Kupfer Patina Kupfer Konduit und stop Dicke Kupfer Dicke Kupfer Dicke Kupfer Dicke Kupfer Sensor ist ja dunkel. Gut. Ach komm, scheiß doch was drauf. Uns macht es ja keinen Spaß. Wir müssen nochmal nachts los. Hey, hör mal auf. Ich glaube hier, ne? Wo sind wir? Da sind wir. Da hinten. Ja. Ich hab mich verfahren. Falsch gefahren, tut mir leid. Dann nehmen wir unser Goldschwertchen. D, 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 d. Bisschen noch. Ja, ist das Sand. Damit wir auch endlich mal da oben vorwärtskommen. Uh. Weil ich denke mal, irgendwo viel werden wir Sand bestimmt noch brauchen oder so. Keine Ahnung. Was geht, Bruder? Bis nachher. Komm bald näher wieder. Tüdelö. Irgendwo hier. Irgendwo hier. War doch. Da. Geradeaus zu. Ach komm. Ich will doch nur Sand. Und nein. Überall müssen. Monster. Das Monster. Will einer was? Wenn nicht. Lass mich Sand haben. Dann meine ich doch. Ihr lasst mich in Ruhe, ich lasse euch in Ruhe. Ist das ein Deal? Finde ich gut. Oder auch nicht. Hau ab. Sterb. Haha. Danke. Und hier und das und dies und jenes. Und noch mehr. Zack. Ach Mann. Das heißt, wir müssen aber auch bald mal wieder nach Kohle suchen. Ach du ahnst das. Obwohl wir haben auch viele Bäume. Könnten eigentlich auch mal Holzkohle machen. Na komm her. Gib. und machen wir mal so ein Block. What? Ich will mal gucken, wie das, dass das da für Fackeln sind. Brauchen wir noch mehr? Weiß nicht. Reichen zwei Stacks? Ich will mich jetzt auch nicht die ganze, durch die ganze Nacht prübeln, weil wir haben kaum Schwert. Verdammt, wo muss ich hin? Ich bin hier. Gut. Ich hoffe, das reicht erst mal. Sollte. Muss. Ja, ich habe leider gerade keine Fackel dabei. Ich habe auch keine mehr. Oh, oh, oh. Ja, wir müssen mal gucken. Wir werden mal zu irgendeinem Berg gehen, dann werden wir uns da mal ein bisschen einbuddeln. Oder ich werde das mal so machen. euch irgendwann mal dazu holen. Habe ich schon mal geguckt, was in dieser Kiste drin ist? Äh, nix. Aber, kommst mit. Ah, gut, gut. Hiwi. Und Gas, Bruder. So. Es ist 16.40 Uhr und es ist Nacht. Ach, nicht verkehrt. Jo, was geht? Ich paddel mal hier lang. Ja, treff mal, weißt. Aha. Hoppla. Das Ding ist aber, wir müssen ja schlafen, sonst, äh, kommen irgendwelche Viecher, die über unseren Kopf kreisen. Aber fragt mich jetzt bitte nicht, wie die heißen. Tut, 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 tut. Tut. So. Und vorwärts. Jumping, Jumping. Vielleicht bauen wir hier auch irgendwas anderes rein. Eine Werkstatt oder so. Das wäre geil. Sag mir nicht, hier drin ist irgendwie ein Monster. Oh. Vor unserer Tür, ne? Oh, hau doch ab. Äh. Hä? Oh, von mir aus. Jo, gute Nacht. Ihr könnt mir goern nix. Tü, 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 tü. Ab und mal der F. Hä? Wo? Ja. Tschüss. Ähm. Stimmt. Stimmt. Haben wir noch irgendwo Kohle? Natürlich nicht. Nicht ein finseltchen Kohle mehr. Also glaube ich nicht im Guten daran. Nö. Doch, guck mal. Doch, guck mal. So. Da haben wir mal. So. Ein paar rein. Brenn mal. Gib mal her das Ding. Ich will das einfach nur mal ausprobieren. So. Uh. Aber schick. Also ich finde, die sehen hübsch aus. Besser als die aus. Hier, moin. Ach du ahnst es. Warte mal. Das ist gerade richtig mitgekriegt. Die gehen ja aber kaputt. Weil. Dafür ist es aber zu schade. Na du ahnst es. Okay. In der Haupthand. Sechs Angriff. Und Silber. Ne. Eisenschwert. Das gleiche. Ähm. Hm. Kooper. Ah. Kann man sich nur den haben? Oder auch Schuhe davon? Copper Drill? Ja, wie macht man den? Und Bambus oder was? Keine Ahnung. Wir haben ja hier ein bisschen Kupfer. Aber wir brauchen Sticks. Haben wir Holz? Aber natürlich nicht. Nur ein Stick. Äh. Auch nichts. Das ist mir ein bisschen zu erzählen, dass ich schon wieder dieses Rot, das Rote Holz nehmen muss. Aber verschwenden mal. Guck mal drauf. Hier. So. 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 Ach verdammt. Warte mal. So. Zack. Äh. Haben wir. Wir zacken. Guck mal her. Und suche ich mich ja noch da von dem weg. Können wir die da oben rauf packen? Natürlich nicht. Können wir die hier aufpacken? Natürlich nicht. Sieht nicht wirklich aus nach Küche, oder? Umbaumaßnahmen. Umbaumaßnahmen. Guck mal. So. Das ist ja doof. Warte mal. Gib mal her. Das ist ja auch blöd. So. Ofen. 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 Oh ne. Was war jetzt so? Nur zu. Uff hier. Ne. Warte mal. Was ist? Wollen wir die beiden. Da. Oho. Das war jetzt unklug. Zwei. Zweier Blumentopf. So. Wir haben die Blümies. Und geh mal her. Und du kommst auch her. So. Siehst du. Sieht gleich viel besser aus. Könnten wir hier. So. Könnte ich hier hingehen. Wird hier noch ein bisschen was hingepackt. Passt. So. Weil das auch ein bisschen heller ist hier drin. Ja. Wir werden das auch irgendwo mal alles ersetzen. Durch. Laternen oder so. Ich weiß noch nicht. So. Wasserkessel. Unser Scheißhaus. Passt. Unser Kackihaus. Hm. So. Wer ist auch da? Und Start. Er hatte ich nicht mehr davon. Ah. Guck mal. Ruhe. 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 Ach. Wir brauchen noch Eiche. Führt mir gerade auf. Haben wir noch Eiche? Ich glaube nicht mehr. Ein Junge fix wird geschlagen. Was. Ein Zufall. Dass hier ein Eibenbaum steht. Würde ich sagen. Oder? zack, 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 zack. Dahin. Da ist noch einer. Okay. Durchsetzen wir. Dahin. Ich hoffe, du wächst auch hier. Daraus kriegen wir 16 Stück. Sollte reichen jetzt. Um den Boden fertig zu machen. So. Zack. Das. So. Das. So. Äh. Dann. So. 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 Stufen haben wir? Das brauche ich nicht. Haben wir noch Eichenholz? Auch nicht. Haben wir hier irgendwas mit Eiche? Nein, wir haben ja noch einen Liebstuhl. So, du kommst mit. Dich baue ich ab. Warte mal. So. Und runter. Ah, den lassen wir noch brennen. Ich hatte doch hier irgendwo. Nein, habe ich nicht. Warte mal. Zwei Liebstühle. Dann brauche ich hier. Ach ja, es ist immer was zu tun, würde ich bald sagen. So, du kommst hier rauf. Ja, hier kommt auch noch irgendwas hin. So, das bräuchten wir eigentlich. Kann man. Ich könnte das eigentlich hier auch noch erweitern, ne? Hm. Das jetzt ein bisschen. Ne, warte mal. Das gefällt mir noch nicht. Komm du mal her. Du gehst mal ab. Kommst da in die Ecke hin. Kommst hier hin. Zu. Ah, siehste. Dann brauche ich das ja eigentlich auch nicht mehr. Oder wie sehe ich das? Burger. Können das hier nämlich auch ab. Nicht überall muss ein Dach rauf. Und es wird dunkel. Ich hoffe, mein... Oh, Spürzeug hat noch durchgehalten. So, aber das war es dann auch für heute. Auch wenn wir nicht viel geschafft haben. Ne, Kirby? Aber es ist besser als nichts. So, ich würde sagen, das war es für die heutige Folge von Minecraft. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne von mir aus einen Daumen nach oben da. Eine kleine Bewertung würde ich mich auch freuen. Und bis dahin, haut rein. Und bis dann... Untertitelung des ZDF, 2020